Peter Steinmeier, guten Tag. Hallo? 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 Teardrops running down your face, it's much you said to be whole. Friend, if there's no one left to play... Vorbei. Warum vorbei? Du bist gut. Solange ich einsam bin mit allem. Und so weit weg. Solange einer was tut. Du bist die gute Zeit. Du bist die gute Zeit. Und so weit weg. Und so weit weg. Oh, bye. 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 Die Welt will tell me if I'm deceived by my own illusion. Ja, I've been waiting so long here for you. Won't try to figure it out now. I've been gone for so long now. It's the same old story to you. It's the same old story to me. What did you do? No, I'm not going to hang out. Just chill, man. I'm going to do it. 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 Das war's für heute. Die ist echt so scheiße. Ich verstehe nicht, wie man mit so einer zusammen sein kann. Ich brauche mich nicht so viel. Ja, und hast du ihr Outfit gesehen? Wie eine Schlampe und ihre fettigen Haare erst. Die ist mal so ätzend. Also wenn ich Matthias wäre, dann würde ich die nicht mal mit einer Pinzette anfassen. Weißt du, bei so einem Body, da wundere ich mich sowieso, dass er sich mit so einer Speckrolle zufrieden gibt. Hast du mal ein Kajal für mich? Äh, ja. Warte. Hier. Ach ja, sag mal, hast du eigentlich schon die neuen stylischen Jeans bei uns unten in der Boutique gesehen? Die machen einen richtig geilen Arsch. Wir haben es noch nicht gesehen, aber ich brauche eh noch einen Outfit zum Freitag. Oh, scheiße. Oh, shut up. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020